Wir haben die Infanterie gerade in den Angriff befohlen. Willkommen zurück zur Belagerung einer weiteren Burg der ehrländen Kirche. Geht, Leute! Wir haben schon sehr viel mit den Schützen erledigt. Der Rest, der wird jetzt noch im Nahkampf mit erledigt. So, die Kavallerie kann jetzt auch mal in den Angriff gehen eigentlich. Die muss ja ja nicht blödsinnig rumstehen und mir die Luft wegatmen. Neue Feinde! Oh, wen haben wir denn da noch? Hau mal ab! 77 Gegner stehen bereit und wir kämpfen tapfer. Allerdings scheint keiner mehr wirklich Munition zu haben von unseren Leuten. Da liegen hier noch ordentliche Pfeilpakete rum vielleicht. So oder so gehen jetzt mal alle in den Angriff. 72 Gegner, auch Mensch! Holla, die Waldfee! Aber was hat man hier gefunden? Leere Pfeile, yay! Gut, Leute, wir ziehen uns zurück. Wir greifen nochmal neu an, damit wir wieder volle Munition haben. Wir verlieren hier sonst zu viele Kämpfer jetzt. Und das wäre ja unsinnig, ne? Also, Freunde, alle mal nach da. Und alle mal aneinander reihen, bitte. Rückt vor, stolzes Heer! Jetzt kämpfen wir wenigstens bei Helligkeit. Wir machen die gleiche Aktion, wie wir es beim letzten Angriff gemacht haben. Dadurch können wir direkt wieder 40, 50 Gegner plätten, bevor wir hoch müssen. Ich finde es von euch recht freundlich, wenn ihr aufhören könntet, Zeug nach mir zu werfen. Oh, du Sau-Pratze, Elende! Und wie kannst du es eigentlich wagen, nach mir zu werfen? Ey! Tut was gegen die Schützen! Die kann nämlich keiner hier leiden! So, wie sieht's aus? 20 Tote. Man kann doch eigentlich auch auf die Beine zielen, merke ich gerade, ne? Das wäre hier, glaube ich, ein bisschen schlauer. So, wie sieht's aus? Wer war das? Zeigt die Sau an, das ist Körperverletzung, der feinsten Sauber oder was? Das kann doch jetzt für euer Ernst sein, das nehme ich auch wieder weg, oh Mann. Also hör mal. 21 Gegner, nee, ich lasse meine Leute einfach stürmen, das packen die. Ich bleibe hier nämlich einfach in sicherer Entfernung. Dann überlebe ich das auch. Der macht's genauso, der ist auch feige. Hallo. Der hat's einfach nicht nötig, das ist ein Vegierbogenschütze, ja? Die haben's drauf. 14 Gegner noch. Ich weiß gar nicht, wem wir die Burg diesmal geben. Der Stammar hat lange nichts gekriegt, der könnte doch mal wieder was. So, das wird nicht jetzt. Wir sind nicht so viele, das muss doch mal zackiger gehen. 5 Gegner noch. Und meine Schützen können sich jetzt hier auf der Mause richtig schön austoben. Also die meisten von denen werden wohl schon eher tot sein, bevor die Infanterie ankommt. Oder auch nicht, weil die Schützen sind lahm. Ah, da ist mal einer gestorben. Da ist noch einer und noch einer. 2 Gegner noch. Holt sie euch, ihr Wackeren. Macht euren Herren und Gebieter stolz. Oh, bist du schon wieder... Ah ne, du bist wer anders, ne? Oh, das tut mir jetzt aber sorry, dass du tot bist. Es ist mir aber unangenehm, dass du hier dein Leben lässt. Jetzt kommen zwei Gegner, macht hin. Einer sogar noch. Wo sind meine tollen Schützen? Ihr müsst was unternehmen. Aha. Gut gemacht. Erneut eine Burg erobert. Oh, was kriegen wir denn jetzt schönes? Hier ist wieder ein Rodok Sergeant mit am Start. Nur ein Bogenschützen-Veteranski. Rodok Scharfschützeli. Jetzt haben wir noch hier die Lanzenreiter. Bogenschützen-Veteranski. Sonst eher nix groß, was sprach. Stammar, der wird sich freuen. So, was ist in dem Feind jetzt noch geblieben? Drei Städte und Alpbürgli. Na sowas. Ich hoffe, meine Truppe ist noch stark genug, weil wir ziehen sofort weiter. Wie wir es eh und je getan haben. Und hier gibt es nämlich ganz schön was zu erledigen, wenn man mal guckt, wie stark bemannt diese Stadt einfach mal ist. Die ganzen Fürsten noch mit drinne. Das wird übel. Nee, kommt, wir nehmen alle. Alle mal in Position halten und näher aneinander, bitte. Wo sind denn hier Gegner, auf die ich feuern kann? Hier hinten. Na, du sollst nicht einfach drauf losfeuern, du sollst mich hier weglassen. Ich will doch helfen. Verschwemme doch einfach mal bei der Hose, Mann. Husch! Runter von unseren Mauern. Infanterie zum Angriff. Kavallerie zum Angriff. Jetzt gibt es aufs Maul. Ah, ist ja gut. Was ist das Brutal los? Ist ja herz allerliebst, dass wir uns mit Rekruten versuchen aus der Stadt rauszuhalten, du. Schön, dass ich nie was treffen tue. 60 Tate Gegner. Geh mal weg, du Rodok. Ich will keiner. Wüstlinge, hier ist ja echt alles vertreten in dieser Stadt. Die Stadt der Kulturen, oder was? Und das war's dann mit der Munition erst mal. Wir haben hier so schöne Ziele überall. Kommt mal ein Stück mehr hier vor, bitte. Dann könnt ihr auch ruhig noch ein bisschen ausschwärmen. Ganz so dicht aneinander müsst ihr nicht stehen. Dann zeigt ihr dem Feind mal wieder ein bisschen, warum man euch fürchten sollte. 14 neue Pfeilchen. 14 neue Pfeilchen. Wenn ich was treffen würde, wäre das mega nice. Man, 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 man. Neue Feinde sind eingetroffen. Kann man die Schützen vielleicht irgendwie hier hinbringen? Ah, was drücke ich denn alles? Ah, was drücke ich denn alles? Ich drücke alles. Was drücke ich denn jetzt? Tö? So. Ah, Mist. Jetzt sind sie auch schon wieder auf der Seite unterwegs mit. Wird es euch was ausmachen, mich mit hochzulassen? Hoch, nicht runter. Jetzt habe ich ein Problem. Weil mir die ganzen Schützen ans Leder wollen. Oh, hallo. Na, wer will noch? Ausweg! Kommt schon! Da, verflucht sollt ihr sein. Aber ich habe viele von euch mitgenommen. Das ist es, was am Ende des Tages zählt. Leitern hochziehen. Und zwar zackig. War das ein... Ah, Kampf hier. Oi, oi, oi. Da ist mir gleich richtig warm geworden. Glaubt das. Richtig warm ist mir jetzt. Stehen die mir schon wieder alle im Wisch hier. Verschwindet da oben. Ich will euch nicht auf den Mauern sehen. Hallo. Rest darfst du behalten, wie immer. Hey. So, wie sieht es aus? Gibt es schon schöne Ergänzungen für den Friedhof, oder was? Ah, da ist ja einer. Guck immer da. Da ist auch noch einer. Jetzt gibt es Armbrustgedöns. Wenn ich treffe zumindest. Hab was getroffen. Immer schön auf die Köppe zielen. Oh yeah, Armbrust 203. Hey, den wollte ich. Oh. Ist da einer gestorben? Das ist aber tragisch. Hör mal. Hier kommen ja richtig Leute zu Schaden, Mensch. Und langsam geben wir die Ziele aus. Und die Bolzen auch. Neue Feinde. Ob ich das jetzt so gut heiße? Ich weiß es ja nicht. Hey, ich will doch treffen. Oh ja, das nenne ich mal einen Treffer. Armbrust auf 204. Und keine Bolz. Wer habt ihr jetzt davon? 63 Gegner haben wir bereits ins kalte Grab hinab befördert. Der Rest wird schon bald folgen. Hoffe ich. Wir haben nämlich leider auch ganz schön Verluste. Da müssen wir mal was gegen tun. Ich würde aber sagen, wir machen hier für das erste Schluss. Beim nächsten Mal geht es weiter. Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Radioナing. Vielen Dank.